Okay, Freunde, dann lasst uns voranschreiten. Ähm, Hogwarts-Gelände. Ich glaube, da ist nur noch ein Schild und da brauchen wir ja noch einen speziellen Zauber, ehe wir über das Wasser dorthin können. Tut mir leid, wenn ich jetzt schon wieder so unsicher klinge, aber seit der letzten Aufnahme ist schon wieder ein bisschen Zeit vergangen und... Ja, mir wurde schon immer ein Fliegengedächtnis nachgesagt. Darum schreibe ich mir ja bei manchen Spielen auch so viel auf. Gut, wir gehen nochmal in den Wald. Und schauen mal, was wir dort so sammeln können an... Genau, wir nehmen nochmal dich. Du brauchst die meisten Wohnen zur Zeit. Das lassen wir mal bei der Zufallsentscheidung. Und da wären wir. Jetzt starten wir also hier bei diesem Ding, wenn ich das richtig sehe. Okay. Ähm, da ist ja schon ein Schild. Nur wie kommen wir da ran? Warnet, kannst du springen, hüpfen, was auch immer. Ähm, wir brauchen irgendwas, um nach oben zu kommen. Gut. Irgendwas. Die Frage ist, was und woher? Ja gut, was wird sicher so ein Block sein wieder. Oh. Oh, das ist das mit den Doppelflüchen. Das fetzt mir. Das fetzt mir ja so richtig. Ähm, auch wenn du nicht auf diesen Kubotubler einzaubern solltest. Aber okay. Wenn es dir Spaß macht, lieber Ronald. So. Irgendwo stand hier auch, dass wir noch ein Schild brauchen, um voranzukommen. Bei der ersten Trimagischen Aufgabe steht das, glaube ich, unten drunter. Was sind denn das? Anzaubern kann er es nicht. Jetzt verliert er auch keine... Ach, das war Harry. Ach Gott, Junge. Stell dich doch nicht so an. So, weg damit. Und gleich noch einmal. Komm, wachs nach. Nein, das war zu kurz. Nochmal, komm schon. Oh mein Gott, wenn wir dann auf Zeit gesteuert bei Moody's Herausforderungen die Dinger schleudern müssen. Wahrscheinlich auch auf Ziele wie hier. Da werde ich ja sowas von versagen. Was ist denn da hinten gerade runtergefallen? Ein Blättchen, oder? Ja, das hat funktioniert. Gut, Harrylein, du kannst wieder... Ach, Hermine. Wo sind wir hier? Oh, alles schwarz verkohlt. Seht ihr das? Wie? Schneller. Äh, nope. Falsche Richtung. Was heißt hier? Aua. Da. Da. Ich sehe, was wir... Oh. Ich sehe, was wir brauchen. Genau diesen Block. Genau den Block brauchen wir. Ja. Sehr gut. Äh, da hinten sind noch Böhnchen. Kommst du zu mir, Böhnchen? Danke, wenigstens das eine, die lilanen. Haben wir nicht mehr mitgekriegt. Den! So, wo ist der Rückweg? Wir brauchen noch einen für die Trimagische Aufgabe. Ich frage mich nur... Schneller! Ähm... Ich frage mich nur... Ob wir dann... ...oder einen für die nächsten Bereiche. Ob wir dann gleich... ...weiter gehen sollten. So, wo müssen wir hin? Hier durch, oder? Ja, da müssen wir lang. Okay. Hoch mit dem Steinchen... ...ein bisschen zu uns ran, aber uns nicht umkegeln, wenn's geht. Harry, du stehst voll im Weg. Harry, du stehst voll im Weg. Müssen wir das Ding überhaupt hier lang befördern? Nein, oder? Das ist nicht der richtige Weg. Ähm... Gut, kriegen wir den jetzt wieder hier raus? Jetzt müssen wir jetzt erstmal ein anderes Schild suchen. Naja. So viel dazu. Ähm... Was ist das schon wieder für ein komischer Ton? Das geht wie ein Soundbuck. Hier, Ronald. Würdest du mal... Vielen herzlichen Dank. So, die Dinger wachsen nach. Da müssen wir uns mal ein bisschen beeilen. Ähm... Müssen wir da lang? Oder... Möglicherweise müssen wir hier lang. Die Frage ist nur... Komm, hab dich nicht so... Ob wir auch irgendwie anders da jetzt hinkommen? Oh Gott, Jungs! Und Mädels! Ähm... Ich stell mich hier auch gerade an. Ich merk schon. Und die verlieren Bohnen. So, da wären wir ja. Ach... Jetzt habt euch nicht so... Und helft mir mal mit dem Block. Wieso? Wer hat denn jetzt hier schon wieder losgelassen? Kommt schon! Wingardium Leviosa! Oh Gott, Hermina! Die stehen aber auch immer im Weg rum. Harry, haust du da mal ab, bitte! Damit ich... Ja, danke. So... Das wird jetzt die größte Schwierigkeit, den Weg finden, ohne mich zu verlaufen. Aber... Es... Es sieht in meinen Augen zumindest doch recht gut schon aus. Dalla? Nein. Ja, wir haben jetzt nur noch den Weg nach unten. Endlich ist dieser komische Ton vorbei. So... Soll das irgendeine Soundtrack-Datei sein? Oder... Ist da wirklich was verbuggt, Leute? Das ist so penetrant und nervtötend. Kombi-Zauber, ja und? Ah, genau! Wissen wir richtig! So, dann mal schön einen großen Bogen um unsere Kinder rum. Und... Runter das Schild, bitte. Komm! Ja... Wird das was? Ja, das wird was. So gefällt mir das. Gut, 38 Schilde gibt's. Da ist dann jetzt natürlich die Frage, wo die Restlichen sich befinden. Aufgabe Pilze, entschwinden die Karte Drachenstatuen. Ja, wir haben das jetzt alles nicht gemacht. Ich weiß. Nur neue Karten erhalten. Aber eigentlich haben wir Bohnen erhalten. Können wir uns schon irgendwas kaufen? Das ist jetzt die Frage. Harrylein, du hast 185. Nein, da geht nichts. Hermine... 284, aber Hermine hat keine Karten mehr offen. Und Ronald... 138 werden noch zu wenig sein, oder? 150, ja. Okay. Also... Nochmal. Erste Trimagische Aufgabe der Drache. Oder nochmal in den Wald. Was machen wir? Aber wenn die jetzt spielbar ist, würde ich da fast sogar schon mal reingucken. Wagen wir's, Freunde. Wagen wir's. Das Ei. Okay, und nun? Vor dem Drachen entkommen? Wir müssen sie ihn aber wieder eingefangen haben. Erst sind wir vor diesem Tier, ähm... Wow. Kann man hier irgendwie beschleunigen? Oder... So grenzen wir. Ah! Ringe. Ohne Ringe. Sowas kennen wir ja schon. Äh... Harrylein, würdest du bitte mal... Ah! Jetzt verstehe ich das. Wow! Nein! Die blauen sind nicht gut. Oh mein Gott. Oh! Guck mal! Die Kutschen! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Gut. Wo müssen wir hin? Oh! Da ist ein Drache unterwegs. Ähm... Ganz ehrlich, Freunde. Ich hab hier nämlich so ein bisschen vor... Äh... Wir spielen die Story durch. Ich weiß nicht, ob ich versuche, alle 38 Schilde zu bekommen. Denn... Das Spiel ist doch eine kleine Qual für mich. Muss ich gestehen. Deswegen... muss ich hier eine bestimmte Zeit eigentlich einhalten? Oder... mit bestimmte Menge an Ringen treffen? Oh... Den haben wir versäumt. Das wäre es jetzt gewesen, wenn wir zweimal durch so ein Ding geflogen wären gleich hintereinander. Hier kommt wieder eins. Und da ist wieder eins. Und hier. Aber das haben wir nicht gekriegt. Oh mein Gott! Harry, nein! Nein! Ja, wow! Was nein? Was nein? Sind wir so schlecht? Sind wir am verlieren? Der Drache greift doch nichts... Oh, runter. Nichts an! Oder so. Warum rufst du so panisch? Nein! Mein guter. Ja, keine Ahnung. Ob wir die 38 Schilde wirklich zusammen sammeln. Oder einfach nur einmal durch die Story. Und das war es dann zu dem Spiel. Ähm... Verglichen mit den anderen... Huh. Ist das hier doch eine ziemliche Enttäuschung. Muss ich sagen. Das ist so... Ja... Man kommt nicht durch die Story. Man geht immer wieder zurück zu diesem... Denkarium. Hieß das Ding, glaube ich. Wo man dann die Level auswählt. Ist schon... Naja... Mir gefällt es nicht. Das muss ich sagen. Nein, den hast du jetzt nicht mitgenommen. Oh ja, klar. Da ist wieder so ein Turbo-Ring. Oder was auch immer die Dinger sind. Gut. Da ist wieder einer. Wieso bremst du denn Harry-Line? Wow. Ein bisschen höher. Wie es geht. Und er lädt irgendwas. Waren wir jetzt gut oder schlecht? Ups. Wieder noch. Wow. Ähm... Würdest du das bitte lassen, Harry-Line? So. Den haben wir verpasst. Nein. Aber hier ist der Nächste. Was denn... Achso. Weil er verbrannt wurde, ruft er nein. Nein! Oder wie sehe ich das? Oh. Nur noch 20 Leben. Hat er deswegen geladen? Waren wir gestorben? Das habe ich ja gar nicht im Blick gehabt. Ja. Deswegen hat er geladen. Wir dürfen nicht so nah an die Wasseroberfläche. Oh Gott, kostet das jetzt auch Schokofresche vermutlich. Aber wir sind immerhin schon einen Abschnitt weiter. So. Harryline, schnauf bitte nicht so. Ja, halt dich doch ein bisschen weiter oben. Wenn's geht. Dann kannst du halt nicht so tief fliegen, wenn du dir dann wehtust, mein Junge. Gut. Und um die Bohnen kümmern wir uns jetzt auch nicht ganz so. Nein, nicht da lang. Ja, ein bisschen höher. Ah, das läuft doch schon besser jetzt. Das bisschen gemeine hier ist allerdings auch, dass der Pfeil nach oben absenkt. Und der Pfeil nach unten ihn höher fliegen lässt. Da muss man erstmal gewaltig umdenken. So. Bronze, 5,31. Du hast ein Schild gewonnen. Ähm, ja. Gut. Wenn das so ist... Bei was kriegt man denn Gold? Dann werde ich... Dann muss man wahrscheinlich dann alle blauen Ringe treffen. Dann werde ich vermutlich auch nicht versuchen, sämtliche Schilde zu bekommen, sondern wirklich stur durch die Story und... Damit hat sich das Ganze. Neuer Level. Badezimmer. Okay. 219 Bohnen verdient. Zusätzlich zu denen, die wir schon hatten, oder? Und er hat das Ei. Was? Harry-Line. Hatte Harry noch irgendwelche Karten? Jetzt müssten wir ja eigentlich genug Böhnchen für wenigstens eine haben. Satz 2, Satz 3. Und Satz 4 haben wir noch gar keine. Fluchkaskade oder Freundschaft? Wann die Kraft beide aufgeladen? Und was ist das? Harrys Fluch teilt sich und mehrere kleine fallen zu Boden. ... ... ...